So Leute, da sind wir wieder mit Let's Play Magica 2, together with the Vardrag und Gekko. Ja, wir sind auch hier. Wir gehen ins nächste Chaos-Level, Abschnittsteilens-Dingens. Keine Artillerie mehr von oben, aber... Tod von Gekko? Nein. Ich versuche dort Gegner zu töten, ja? Ich auch. Habt ihr auch kein In-Game-Sound? Ich hab In-Game-Sound. Aber nur die Musik, jetzt ist ja... Animationen oder Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Ich weiß nicht, was das Spiel mit dem Sound hat. Vor allem, ich weiß nicht, was es bei euch mit dem Sound dauernd hat. Oh, da... Was? Nein! Nein! Lachend in die Kreissäge gerannt, würde ich sagen. Ich hab ein Jackpot. Was ist der denn eigentlich? Aber wirklich total... Ich teleportiere mich genau in deine Attacke rein. Mach ruhig weiter. Ich gucke zu. Ich kommentiere das derweil. Ähm... Ich brenne derweil mal. Ich sag's mir, war so weiter hier. So, Leute. Ihr seht jetzt ein Live-Let's-Play von Gekko und TheVardrack. Und ich werd einfach nur noch kommentieren. Das sind nur die Grundpunkte, ne? Ja. Siehst du deine Leiche? Ich seh meine Leiche nicht. Alter, fuck! Guck mal, dein... Lol. Er ist immer noch geschockt. Ja. Er ist immer noch geschockt. Dann können wir ihn nochmal umbringen. Ah, nee. Siehst du, du musst nur einmal kurz schocken, dann geht's wieder. Oh, ich wollte ihn nochmal umbringen. Komm, Lassi, reine dich. Au. Au. Beim Hauf jetzt nicht funktionieren. Au. Nur so mal schon. Hahaha, wie's wusste. Oh Gott. Gesundheit. Danke. Du nicht. Ah. Das? Warum ist der bei dir eigentlich so viel... ...besser? Ah, nicht aber. Okay. Hahaha. Oh, ich brauch's nicht. Aber, nee. Ich könnte vergessen. Hier, mein Mann, den. Stellen sich gleich mal ran. Könnt da runter gucken. Ey, 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 ey! Oh, 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 oh. Kann man eigentlich? nehmt euer anliegen nicht nehmt euer anliegen wer seid ihr sprecht wir sind die hufe und hörnerte vom rad der heiliger gania unsere weiten im süden sind dahin menschen haben unsere grasfelder gepflegt helfen haben unsere bäume gefällt zwerge haben den bergen das erz aus dem leibe gerissen in den landen mitgards ist kein heim heilig wir müssen einen neuen ort zum leben finden und sind gekommen um in verschneite höher landes ein heim zu beanspruchen ganz ruhig kollege wir sind nur die vor unserer horde und doch schon in der überzahl aber unsere begegnung muss nicht blutig enden diese lande sind das geburtsrecht selvanier hinfort wenn euch das leben lieb ist okay ich bin zu faul ist weiter vorzunehmen genau was machen wir hier eigentlich könnt ihr nicht mal bitte miteinander kämpfen ohne uns ich habe nicht gesehen dass geko tot ist ich gehe einfach ich gehe einfach ohne ich ja ist nichts neues oder warum sind die menschen da tot die hatten voll die großen schwerter du gehst erstmal fliegen hier tschüss alles noch mal alle 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 ok moment verdammt ich habe auch leben reingemacht ich wollte mich gerade beleben ich wollte mich gerade heilen ich glaube ich bin doch gestorben, weil ich aus der NamD rothen gelaufen ging Und ich hatte ihr Krasse mit der zurücklaufen nein, versteht euch Können wir einfach gehen Im zweiten Die müssen jetzt ihre Armada abwehren. Hat mal jemand Leben rein? Hallo? Leben, anyone. Leben, anyone. Auf meinen... Genau. Alter, so ein Geist ist so witzig. Oh, ich lebe wieder. Irgendjemand hat mich gerade rausgeschmissen. Ins 2.4 übrigens, ne? Ja. Wieso kann man eigentlich diese Viecher nicht zurückwerfen mit dem Stoß? Dies ist zu dick? Ja, aber ich finde es scheiße. Oh, da sind auch noch welche. What the fuck? Moment. Wer sind denn eigentlich nur die Feinde? Oh, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Platz, Platz vor Neid. Platz vor Neid. Und noch mehr. Haut mal jemand Leben dahinter. Ja, ja. Leben. Äh, dein Ernst, Gecko? Ich bin gerade gestorben wegen deiner scheiß Schutzwand. Aus Eis. Ich habe gar keine Schutzwand aus Eis gemacht. Oh, bitte. Tschüssi. Boah, wie lange das gedauert hat, bis du gestorben bist. Ey, der ist nie geil, ich gehe weiter. Backe. Habe Backe. Oh, der ist noch falsch. Oh. Ach so, na gut, ne, jetzt kommt er das. Schluss mit den Kämpfen. Oh, Vlad ist da. Was tut ihr denn? Ihr sollt die Wanya finden und ihnen helfen. Nicht den Chaos machen. Ja, das kennen wir am besten. Es tut mir schrecklich leid, meine Liebe. Meine Freunde, ihr sind etwas... Ich weiß auch nicht, aber irgendwas stimmt gar nicht mit ihnen. Mein Name ist Vlad und wir sind nicht in Feindschaft gekommen. Hey, da gehört kein Komma hin, Vlad. Vielmehr wollen wir ein besonderes Kind aus Todesgefahr retten. Sagt also, kennt ihr einen Stammesführer namens Frieda? Wie Afrida, Lindenabkrieg. Wie Afrida, ich. Genau, Gekko, du liest die. Ein besonderes Kind, sagt ihr? Wärt ihr vielleicht meine Tochter? Einen Einsatz. Was droht ihr denn? Abgesehen von einer unaufhaltsamen galoppierten Ziegenhorde. Die Orks, die gegen euer Land ziehen natürlich. Sie sind nicht nur hier, um zu plündern. Doch. Sie werden von einer Kriegsfürstin angeführt, die eure Tochter zu beseitigen trachtet, ehe deren volles Potenzial sich entfaltet. Wenn wir bald die Kling mit der ganzen Armee der Bäschenleute kreizen, dürfte die Kriegsfürstin unsere letzte Sorge sein. Nachführer, die Brücke, wir könnten die Zeit gewinnen, indem wir sie zerstören. Backloss, die Ziegen klettern einfach auf die Leitern. Wenn ihr wirklich zu Hilfe gekommen seid, so eilt in unser Dorf. Da gibt es noch frei wir. Wir senden eine Nachricht per Kray und sagen den unseren, dass ihr ein Freund der von ihr seid. Jetzt mega. Nun, habt ihr sie gehört? Was, die Kree? Los! Ja. Das nenne ich mal Flugpost. Wir können Zeit auslegen, um sie zu bremsen. Smart ist übrigens, hat sie gesagt. Sollen sie sich pökeln. Sollen sie sich pökeln. Jawohl. Ich habe meinen Einsatz verpasst. Yay! Yay! Und wir haben natürlich wieder eine super Zeit, um was zu... zu... Was bringen eigentlich diese Videomodus 5? Höherlandbrise, Eigenbeschuss 2? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das sind halt die Freischaltungen. Ja, aber... Das sind die Artefakte, die man machen kann. Ne, die Artefakten sind dann was anderes irgendwie. Ja, keine Ahnung. Okay. Deswegen keine Ahnung. Natürlich sind wir mitten in der Folge, das heißt, wir müssen weitermachen. Yay! Juhu! Da. Es gibt in Magica 2 vordefinierte Artefakt-Sets beispielsweise normal. Es sind keine Artefakte aktiviert, das Magica 2 Grundspiel. Ach so! Ja! Das ist das, das ist das, wenn man... Bei den Schwierigkeitsstufen kann man, wenn man eigene Schwierigkeit, eigene Artefakt-Sets auswählen. Genau. Unterdefiniert, ja. Genau, das habe ich damals gesehen. Stimmt. Guck mal, ich habe jemand auf der Krabbe Tick-Tack. Ach nee, ich habe dir ein anderes Bild. In meiner Krabbe hat jemand Tick-Tack-Tack gespielt. War direkt, du solltest übrigens gucken, äh, bei mir auf jeden Fall jetzt in der elften Minute in diese Folge, denn, äh, ich habe hier Gekkos Mutti auf dem Bild. Sicher. Ich auch. Amna, peace! Wir nähern uns dem Ende der Reise. Ich bin dieser Tag gekommen, keine Bange. Die Artillerie hat erfreut mich, die Radwehr hat vor dem Meter. Bekommen mit der Infanterie von oben. Weil diese Zangen-Strategie gibt es kein Entkommen. Das ist eine Kriegsfürstin. Ja, aber warum sagen sie dann Kriegsfürst? Und wir sollten gleich mal Leben und Tod über die Brücke schmettern. Ich Leben, du Tod. Okay, ich warte hier. Irgendjemand über die Brücke, Tod. Über die Brücke. Verstehst du? Andere Seite. Okay, gucken wir mal ein bisschen rüber, ob wir schon Schaden angerichtet haben. Unheil angerichtet. Ja. Ach, Gott, schon. Da hinten irgendwo leben. Sehr schön. Komm, da hinten, da hinten. Tod. Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod. Achso, hier. Guck mal. Du kannst mitmachen. Ja, gut, da ist übrigens eine Explosion gewesen. Nein, falsch. Nein, falsch. Nein! Was machst du? Ich wollte ihm Leben heilen. Die Orks müssen ausdecken, was machte ich. Ich mach ein Leben dahinter zu dem Ork. Das war absichtlich, damit ich den Ork nicht locke. Gekko, gib mal Zielscheibe bitte ab. Das soll das gewesen sein für ihn. Ja. Dahinter irgendwo leben? Schnell! Nach da hinten leben! Nach da hinten leben! Ja, ja, bleiben. Ist gut. Muss aber deinen Arcan auch machen. Ja, ist doch. Heißt immer noch tot und wer hat da geklopft bei dir, Leandro? Naja. Hier steht bei mir noch so ein Goblin. Ach, das warst du gerade, der laut gesagt hat, kann gerade nicht. Ich hab heute mal lebt. Das Käsefunkte, die macht Essenfunkte, die Orks. Oh, ein Orks. Orks. Köstlicher Orksfraße. Oh, da ist noch einer. Ich hau. Komm, Leben. Zerfetzt. Ihr habt die Fackel übrigens gar nicht eingesammelt, die hier lag. Wollten wir nicht. Fackel habe ich schon vorher mal eingesammelt. Leider, die drauf fliegst, ist mein Befinden. Ich weiß auch nicht. Der ist halt irgendwie komisch. Oh, hier hoch. Wie der Kopf gerade in die Schlucht gefallen ist. Hans Frost, ich mach mein eigenes Feuer. Mein eigenes Feuer. Hechte Trunkenheit. Kommen wir an ihm vorbei, ohne ihn zu töten? You know nothing, Hans Frost. Nein, ich bin doch vorbei gekommen, ohne ihn zu töten. Du hast ihn doch nicht getötet. Ja, ich bin vorbei gekommen, um mich den Kelch dahinter zu holen. Und Gekko bringt mich einfach um. Kelch der Trunkenheit. Oh, jetzt komme ich nicht ran. Beleb uns mal wieder. Oh, kann nicht. Beleb uns mal wieder, Gekko. Ja. Ja. Und da. Hast du Angst vor uns? Sehr schön. Übrigens, weißt du, gegen was das Schild nicht hilft? Na? Geschosse. Oh doch. Ne, ich glaube, ich bin gegen die Wand gepreit. So, da hätten wir das auch geklärt, Gecko. Ne? Sehr schön. Wer braucht schon den Gecko als Mitspieler? Probier's mal. Mit Gecko-Müdlichkeit. Verdammt, da war ein Ork. Was hat der gemacht? So. Das war's wert. Ja, das sagt ihr. Ich hab das lange mal fast gewonnen. Oh. Ich bin der Feuermann. Du bist gleich vorhin selber der Feuertelmann. Ähm. Return on. Belebos vidos, bitte. Ah. So. Ob die Frösse kriegen. Sehr schön. Das war eine klassische Putt-Situation. Ich will die Kanone haben. Oh, da ist die weg. Nein, ich... Ich wollte nach vorne... Ey, Moment, Moment, Moment. Da ist ein Hebel. Ja. Da war auch mal so... Nicht da runter rennt. Halt, das war daneben. Das geht so hier. Jetzt. Und jetzt? Ja. Bevor ich das noch mal mache... Wie du voll auf die Klippe gesprungen bist. Snipern, Snipern. Ui. Wir haben... Wir haben den... Genau bei ihm... Getriggert. So. Wir müssen die Zusammenstellung unserer... Kalt hier. Kein Ding, Gekko. So. Hallo, Leute. Dies ist das Let's Play von Gekko. Hey. Das hat gar nicht... Oh, nein. Sicher nicht. So. Schauen wir, was du willst. so ich bin am feuer gestorben nicht vergessen könntest du mal bitte nicht die essenz des todes boten beschwören ständig ich habe mich hinter dem screen mal für euch geopfert die machen leben der todes strahlen in die das ist der typ der macht wasser tot muss einfach mal leben reinhauen sagt er und tötete ne wardrug nein warum immer ich ich habe auf die kante geschossen moment ich habe gelebt das habe ich ja gar nicht mitbekommen ach ich lebe schon wieder ja ich bin so ein bisschen tot ne ja er hat mich nicht getroffen also olock hält sie mir zu viel aus ach so er hat mich getroffen ich hätte gerne wieder meinen warhammer achtung achtung tot 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 wenn ich sage tot heißt das nicht dass du sterben sollst was brücheln das war geckos zauber das ist äh kältewandern kältewandern oh ja können wir noch nicht beschwören bei uns würde das machen ich will die schöne szene hier ne geko wo gehst du hin wir müssen da rüber gehen ja das haben wir eh schon getriggert da kamen die alle raus aus der hülle weil da irgendjemand zu nah rangegangen ist ich ich habe mich ganz selbst eingefroren hier drüben gibt es bestimmt noch was gefährliches ja oh das macht er schon vollständig doch nochmal oh ne so ähm naja ich lass euch mal die Idee das Rätsel zu lösen ich weiß ja wie es geht ich würde sagen jetzt machen wir in der nächsten Folge oder so ja genau jetzt nochmal ganz in Ruhe hinstellen und ausrufen und ja bis zum nächsten mal endet die Aufnahme tschüss tschüss tschüss